zwei karten jawohl noch ein spion der ist auch super so erholt sich nachschub hier ok es ist zu ertragen die zwei karten tun nicht weh so dann noch mal zwei karten jawohl gute karte gute karte da kann man damit leben so jetzt spielt er irgendeine wetter karte aus ja da du musst du dir selber weh also der ist ein bisschen doof so die stärkste karte kommt weg dann nehmen wir mal die ja wegen vier aber ok geben alle beide weg also muss sagen der spielt ein bisschen behindert kann man schon fast sagen ja ich mache eine karte jetzt schon mehr wer also junge du wirst sowas von verlieren das garantiere ich dir so fähigkeit der darf eine behalten ok so ich kriege oh das wird schmerzen verursachen da drüben der kriegt jetzt auf den arsch wenn der dieses gift nicht hat da dann ist er tot so jetzt muss man schauen was haben wir das katapult ja gut dann spielen wir die gleich aus why not monster decks sind sowieso eher auf nahkampf hier naja ich sag's ja so verdoppeln wir mal das hoffentlich hat er nicht das gift wird er haut uns alle drei weg dann oder alle zwei erholt nachschub gut gut nö der hat keinen verdoppeln wir nochmal weil wir lustig sind so das musste mal einholen du scheiße so offensichtlich hat er keine wetter karte gut dann bin ich jetzt lustig wir werden jetzt vernichten leute so dann hole ich mir sogar noch die da zurück noch eine karte ja der kann uns nie einholen der hat wirklich schlechte karten du nimmst regen du arsch weißt du was du mich kannst du kannst denn den regen sonst wohin schieben regen weg aber nicht meine schönen katapulte hier behindern mit regen so was hast du nun schönes wetter ok ja was soll ich dazu sagen leute wir haben eh schon gewonnen ich könnte mir jetzt nur hier bis sie wichtig machen der hat ein extrem schlechtes kartendeck leute so schlechtes monster deck habe ich noch nie mein leben gesehen dann werden wir wieder haus hoch gewinnen ich haue immer die kauten gerne raus bisschen eier zeigen und so das kann man gar nicht mehr verwenden so gute karten haben wir hier die kann mir jetzt so richtig wichtig machen ich mache sogar nur nebel also leute ernsthaft den haben wir vernichtet 95 zu 23 und sogar nur zwei gute karten also der hat gekriegt so 20 kronen und kriege eine karte lina am beender nee dann haben wir schon ich glaube ich gegen gespielt so gehen wir da raus wir gehen Richtung unser quest ein stück noch also weg geht in direkten oh direkte weg geht nicht da ist ein fels im weg gut dann müssen wir den weg hier gehen aber eine abkürzung ist drin so lauf 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 gerald so wir müssen da rum gehen es geht leider nicht anders leute aber kürung bewachter schatz oh monster ok oppala das wollt ihr nicht ich nehme wieder mein schild was ist denn das für eine oh ein riese ach den können wir aber den gehen wir sauber oh 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 jetzt ist er stinkig oh scheiß da runter jetzt ist er stinkig von hinten geht es am schlimmsten so dicker komm gib ruhe hier den haben wir es gegeben oh schöne sachen hat er so der bewachtenden schatz dann holen wir uns doch mal wo ist er denn der schatz wie komme ich denn da rein wie kommt man denn hier rein hier ist der eingang ok ist noch irgendwo ein feind sirenen ok na komm her so da brauche ich Feuer oh scheiße jetzt war zu früh gehen wir mal rein da so komm her jetzt na komm komm her ok ich habe ja gesagt komm her sag mal treff sie nicht es gibt es ja nicht Leute so jetzt ist er dran lass mich noch nicht verarschen Mistvieh so da lass uns doch nicht von so einem Mistvieh verarschen bewachter Schatz sehr schön also wir haben da einen großen Rundenstein eine Glühve die haben sie optisch verändert das sieht richtig gut aus eine Rüstung und so weiter jo das war ein Tabel und wir gehen weiter zu unserem Ziel wenn nur wer Schläge will dann soll er sie melden Stückchen ist nämlich noch oh Krabben oh scheiße kannst mich mal so jetzt kannst du kommen so Arschgeige leg dich nicht mit mir an so da kann man schön looten hier der nächste bitte jeder der sterben will soll zu mir kommen so viele von diesen Mistviechern hier echt schlimm ich sehe jetzt dieses Problem ich habe ihn angezündet er geht nicht runter so ein Scheiß das ist blöd ich habe ihn getroffen oh komm runter auf den Boden Junge ernsthaft gehst mal am Arsch jetzt komm runter feige Sau traust du nicht am Boden du feige Schwein werd ich dich umniete hey wie kann man so feig sein jetzt komm runter du Arschloch boah jetzt bin ich am Fressen ey solche feigen dreckigen Arschgeigen ey die gehen mal richtig am Arsch gerade diese Pissnelken ey so ein Dreckspack Leute ey das gehen wir am Sack so plus 70 Kapazität und hier plus 70 das ist genau das gleiche so ich muss mein Schwert hier auf dem Reparatursitz das kann man brauchen wie viel hat's denn 65 da geht nochmal was solche Arschgeigen komm her jetzt komm her lass mich doch nicht verarschen von euch ihr Pisser das sind so viele das ist das Problem so ein Mistviecher Mistviecher nicht mit mir nicht mit mir so du Arschgeige du bist mir am Arsch gegangen jetzt stirbst du so schaut's aus ja dann werden wir ein bisschen hier lupen jawohl und noch einer so ich hab's so gesagt gib mir nicht am Sack das bereut ihr Mistviecher noch so ein Scheißer die sind schön lästig Leute okay komm komm so so wie gesagt gib mir nicht am Sack Junge so das muss unter Wasser sein ah da unten okay gibt's auch einiges zum looten das werden wir auch schnell looten aber da gibt's auch noch was so das haben wir hau mal ab hier unter Wasser sind die noch lästiger wie über Wasser so richtige Mistviecher ziehen dich immer runter die Grübel so schnell an Land und dann zeigen wir ihnen wo's lang geht so komm mal weg da die Bäume sind lästig ich seh nix wo ist er also Mistviech so den Hammer oh so wir müssen uns heilen na komm treff mal trau dich oh da ich sag's komm am Boden und du bist ne Leiche mit mir legst du dich nicht an Saurund so der nächste bitte komm trau dich hab Eier zeig auch Hund so nicht mit mir Leute ich hab's euch gesagt geht mir nicht am Senf hey aber das rentiert sich richtig Leute wisst ihr warum die haben nämlich Muscheln und die können wir aufmachen und dann kriegen wir eine schwarze Perle und die ist richtig was wert so wir müssen da scheiße ich muss dann erhoben oder was oh ne okay hier geht's rauf anscheinend dann stecken wir mal das Schwert weg dann können wir schneller laufen komm Gerald gib Gas auch wenn's bergauf ist du bist sportlich du bist ein Hexer so da ist ein Weg jawoll jawoll klar sind wir da oh was ist denn hier irgendwas ist doch da oh ups das wollt ihr nicht ich wollt das wir sind so Mist sicher hier so gebt mir nicht auf die Eier so ein paar Mutagene haben sie da kann man sicher einiges basteln schön loot 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 hier und weiter geht's so Streck äh Streck steck dein Schwert wieder weg und wir müssen dann längs rüber längs 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 so hier sind wir eigentlich ja auch gerade außen die Wegfindung ist ein bisschen komisch irgendwas sind Wölfe wahrscheinlich oder ja ja sind Wölfe okay lassen wir mal in Frieden so wir sollen hier sagen dass die Tat vollbracht ist jawoll das machen wir lauf 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 also nur 200 in die Richtung hier ein Stückchen aber was wir machen können ist hier auf jeden Fall mal das benutzen das schadet ja nicht und weiter geht's ja ja geht mir nicht am Säckle wir müssen da rüber ups überall drüber über Stock und Stein wir sind da schnell so dann müssen wir dann nach oben ähm wir müssen da irgendwie rauf komm Gerald sportlich 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 wir müssen da nach rechts Scheiße wir kommen da rüber wir haben das Gefühl hier ist eine Sackgasse geht's hier rauf mal versuchen wir's hier ja hier geht's rauf so soll ich mit dem Baum reden oder was ah ne hier Jutta hallo ja Christi ich hab ne Schwert was du wolltest ich muss noch testen ob es wirklich unzerstörbar ist nicht schlecht wie hast du das geschafft war nicht schwer ich musste nur die Luft anhalten und die Arme und Beine gleichmäßig bewegen hm starke Worte mal sehen ob du im Ring auch so stark bist bereit wenn du es bist ok kämpfen wir möge Freya den Sieger bestimmen ok ok wir haben Fight mal ein bisschen so ist ja oh ah sehr schön wir können ja noch das Ding nehmen so komm hopp so das gefällt mir gar nicht die schützt sich immer ok das müssen wir alles machen dann will ich sagen wir zünden selber oh fuck betrug verrat magie und tja scheiße ne aber schämlich ja im 6 und in der Liebe ist alles erlaubt und beim Fight doch was Quest gescheitert wollte ich mich verarschen ach nö kann man das nicht hinladen ey das ist aber jetzt scheiße das wollte ich nicht wieso ist das gescheitert man besiege Juta ach das ey da sind aber schon einige gescheitert das passt mir überhaupt nicht hilft den Kriegern die nekrophagen in der alten Mine wieso ist das gescheitert das weiß ich das war ein Bug ist das gescheitert das ist interessant Leute sind wir doch ein paar mal gescheitert aber das ärgert mich jetzt so richtig das ärgert mich jetzt so richtig hier nun gut das ist verbuggt hier so dann machen wir das mit den säuredrüsen vielleicht ich brauche eine schnellreise das ist hinter mir und ein fragezeichen ist auch hinter mir dann machen wir das gleich wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss 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 tschüss